Dann beginnt auch die Führung, weil ich habe keine Ahnung von Ferrari, nein. Bevor wir anfangen, muss ich aber euch erinnern, dass es verboten ist, die Autos zu berühren, aber ihr könnt natürlich die Autos fotografieren. Und man kann nicht leider mit der gleichen Karte ausgehen und durch Straßen fahren können, aber die durch technologische Besonderheiten charakterisiert sind, die man von den Formel 1 Autos übernommen. Und dann haben wir mit dem Ferrari gefahren. Es gibt einen sehr alten Punkt dafür. Ferrari hat sich seit 1973 dafür entschieden, sich nur auf die Formel 1 zu konsumieren. Deswegen haben wir es... Da gibt es was, da gibt es nichts, oder? Für alle Menschen, dass sie sich auf der anderen Seite presence haben. Das ist eine Lupefinde von Ferrari. Von Ferrari. Von Ferrari. Wir haben damals eine sehr besondere Geburt, die nach der wenigen Geschwindigkeit und das ist sehr beeindruckend, wenn man denkt, dass man damals nur an die Sicherheit zu sagen hat. Wie zum Beispiel wird ihr bemerkt, dass es keine Sicherheit gibt, es gibt keine Feuerlöscher und seht ihr, wie man das im Team umstellt, das ist genau jedes Jahr. Das war ein sehr... Nein, das ist zwar 1.25 Uhr. Ja, wir haben... Ja, das sind ja endlich meine Kinder. Aber wir haben ein... Es sind viele Änderungen, zum Beispiel der Sitzerei, in der ersten Haut die Beine des Piloten in der Schnauze zu legen und dann ist der Speer ein bisschen nach unten gedrückt, damit man mit sich fahren konnte. Und das ist auch sehr wichtig, weil das ist eines der ersten Haut, das ist das aus der Taten- und Basel, glaube ich, eine Haut, wo sie aber nicht an einem Ausdruck oder ein bisschen vollständig sind, die sind ganz schön, die sind sehr gut, 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 und dann wiederholt uns die Gässer. Das war eine Ausdruck. Okay, das war ein bisschen. Aber wir haben ja auch ein bisschen ge記得, Das war es wirklich, das war der Sitzerei, das war die Schlag in der Schisserei. Wie gesagt, nehmt das Symbol meines Zuhm und ich verspreche, dass die Rolle sehr interessant ist, weil wir am Ende dieser Saal... So, wie gesagt, nehmt das Symbol. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020